So, ab heute sollte man im Star Wars Modus sein. Wir haben den 11.04.2019 und die Celebration beginnt heute am 11. Am 12. wird das Streaming, Freitag, Samstag, Sonntag, wird das Streaming scharf geschaltet. Samstag, Sonntag haben wir Zeit zum Gucken, im gemütlichen Gucken. Es wird alles vorbereitet, es ist alles vorbereitet. Es werden viele Leute erscheinen. So, ich habe Kameratests gemacht. Ich habe aber auch andere Testshonen gemacht und zwar Facebook. Ihr wisst ja, Artikel 13 war umstritten, die neue Reform. Ich arbeite ja, wie gesagt, für Schauspieler und ich mache gerne, beziehungsweise ich erarbeite gerne deren Wünsche. Und die haben viele Wünsche, nur manches klappt nicht. Zum Beispiel Prashant, indischer Schauspieler, war auf der Bühne und hat mit einer indischen Dame sozusagen den gewissen Tanz gemacht, nach gewisser Musik. Und diese Musik ist natürlich urheberichtig geschützt in 197 Ländern, besonders in Afghanistan und Pakistan, in Indien und so weiter und so fort. Worauf möchte ich hinaus? Also, wenn man irgendwas macht, was 100% irgendjemandem gehört, ist das denn schon längst geschützt? Facebook hat schon längst so einen Filter getestet. Also, ich habe dieses gewisse Lied da, Shahrukh Khan, also wie gesagt, Prashant war auf der Bühne und es war live aufgenommen. Es wurde da gespielt, aber es war halt auf eine Art eine öffentliche Veranstaltung, aber man darf es nicht bei Facebook hochladen. Ich mache dieses Video, sollte Prashant dieses Video durch Zufall sehen. Ich werde ihn aber nochmal informieren, ist nicht möglich, er hatte mir das geschickt, er ist aufgenommen worden, wie er da dieses Indische gemacht hat. Darf ich leider nicht zeigen und, darf ich wohl zeigen, ja, darf ich zeigen, ja, darf ich, ich darf es noch hochladen, aber ich darf die Musik, also ich muss stumm schalten, dann macht das ja nichts. Also, die Sache ist jetzt die, da ich das jetzt nun mal beruflich mache und selber Lust habe, irgendetwas zu machen, muss oder sollte mir verziehen sein, wenn ich da mal irgendwelche Experimente durchführe, die ich zu verantworten habe. Ich werde diese Experimente weiterhin verantworten, ich werde sehr viele Kameras testen, weil ich sehr viele Kameras habe. Dass ich jetzt hier solche Work Clips, also Arbeits Clips, wo Kunden reinkommen und ich das ausmache, die vielleicht sogar wie die eine Sendung, die geht ja fast 55 Minuten. Ich habe da sozusagen 55 Minuten On Air in Full HD, beziehungsweise sogar in 4K, in einer besten Qualität. Ich habe ja jetzt eine sehr gute Kamera hier stehen, für euch scharf geschaltet, versuche aber nur 3 Minuten, höchstens 5 Minuten und allerhöchstens 6 Minuten Clips zu machen. Ist nicht so einfach, weil ich am Tage sehr viele Eindrücke hier bekomme, auch sehr viele Gäste habe. Ich habe auch sehr viele Gäste von Star Wars, die natürlich nicht verlaufene Kamera, wie gesagt, der eine junge Mann, der hat es mir erlaubt, da eben den Chewbacca da in die Kamera zu halten, weil es war sein Eigentum, er stand hinter der Kamera. Ja, wie gesagt, und die anderen schauten mich an, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. So, Filme machen, Filmautor sein, ist alles eine super tolle Geschichte, deswegen, der beste Autor war ja wohl unser George Lucas, der damit angefangen mit 14 Seiten und dann so eine Idee hatte. Eine Filmidee, ich weiß auch nicht, was man heutzutage noch filmen sollte, um daraus eine Idee zu machen. Ich habe gerade den neuen Hellboy mir angehört, wie er so ein bisschen zerrissen wurde. Der ist ein bisschen trashig oder so. Morgen. It's okay.